einen wunderschönen guten morgen verehrte zuschauer hier ist der frank schuh von elliard waver live mit einem tages update zum dax index ich zeige ihnen jetzt hier aktuell den stunden chart des dax index und wenn sie meine analysen verfolgt haben von letzter woche aber auch die jetzt vom wochenende am sonntag und das dann vergleichen dann werden sie sehen dass der dax index während der ganzen zeit meine eingezeichneten wellen und marken exakt abarbeitet so und wir sind jetzt hier aktuell auf dem weg diese welle 3 ja unten fertig zu machen im bereich 14.780 natürlich bedeutet das nicht dass der kurs sich jetzt in gerader linie von der welle 2 zu welle 3 bewegt sondern hier dazwischen da kann es seitwärts gehen was in einer solchen welt gar nicht mal passiert das ist ja hier dann noch mal eine eine welle 4 in einer welle 3 da kann er sich noch ein bisschen hin und her bewegen der kurs ein bisschen hoch gehen bisschen runter gehen und so weiter und so weiter kennen sie alles am ende machen wir dann allerdings hier wenn ich das mal markiere dann machen wir hier unten die welle 1 voll insgesamt unten bei 14.600 punkten anschließend sehen wir noch mal ein rücklauf in der welle 2 hier in diesem bereich 15.280 kann aber auch natürlich etwas abweichen ebenso darf sowohl diese welle 3 aber auch diese welle 1 unterschiedliche ausdehnungen haben das hier ist nur eine ein ideal was der markt machen kann er kann sich aber auch hier entscheiden die welle 3 kürzer zu machen wesentlich länger zu machen gleiches gilt für die welle 1 ja im grunde genommen da alles perfekt auf schiene ist muss ich nicht mehr zum dax index sagen von daher freut mich wenn es ihnen einen nutzen bringt wir haben einen fantastischen discord kanal zur verfügung sie finden den link für den beitritt hier in der video beschreibung der discord kanal ist natürlich etwas besonderes in dem sinne da gibt es einzelne gruppen dort können sie immer reinschauen ja in indizes in rohstoffe in kryptos in forex sie haben möglichkeiten sich dort zu unterhalten sie können eigene charts hochladen sie können jederzeit selber dort auch einen audio oder video chat aufmachen wo andere ihnen zuschauen umgekehrt können auch andere das tun und sie können einfach mit rein schauen und dann gibt es da auch noch links in der kategorie an die hexer noch den an die der macht halt analyse mit zeit klastern sehr sehr erfolgreich dort der hat auch eine große fangemeinde eine ganz andere analyse art hat nichts mit elliott zu tun aber da ich alles was erfolg bringt gut findet möchte ich ihnen das natürlich auch nicht vorenthalten und sie sehen ich habe da keine berührungsängste hier auch ein bisschen werbung zu machen für den kanal mit dem ich selber sonst nichts am hut habe aber auch der hat seine heimat dort auf dem discord kanal und dann gibt es noch den telegram kanal alle analysen die ich bei youtube veröffentliche ich auch bei telegram aber auch bei discord in der entsprechenden kategorie ja und telegram ist natürlich ein bisschen einfacher gestrickt für die leute die jetzt zum beispiel gerne schon mal hier kanäle abonniert haben die kenya telegram sehr gut da kann man sich schnell austauschen und das wäre schön wenn sie das auch einfach nutzen ja da sind natürlich schon hunderte von leuten drin und in der discord noch viel viel mehr da dreht sich schon was und wenn ich mal zwischendurch ein live mache oder was zeige dann mache ich das live im discord ja also exklusiv für leute die discord nutzen alles das ist natürlich kostenlos ja ansonsten bitte jetzt sofort gleich abonnieren dann auch kommentieren und teilen ich danke ihnen fürs zuschauen der frank schuh und elia drüber live